Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist David und ihr seid auf dem kreativen Fotokanal David Cray. Heute geht es um ein ultrascharfes Nachtfoto. Der eine oder andere wird sich jetzt wundern, warum jetzt so ein Tutorial, warum nicht das andere, was eigentlich angekündigt war. Und zwar das Day-and-Night-Foto wird sich ein bisschen verschieben, wahrscheinlich um zwei, drei Wochen, weil ich einfach noch nicht zu 100% zufrieden bin. Und ich möchte, dass am Ende ein richtig geiles Foto rauskommt, wo ihr auch was davon lernen könnt. Und deswegen seid nicht traurig, das Video wird auf jeden Fall kommen. Und zu so einem Day-and-Night-Foto braucht ihr ja letztendlich eh eine Nachtaufnahme. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Was braucht ihr alles, um eine Nachtaufnahme zu fotografieren? Ganz klar, ihr braucht die Kamera selber. Am besten ein System- oder eine Spiegelreflexkamera, damit ihr die beste Bildqualität erzielt. Dann braucht ihr ein Objektiv mit einer kleineren Brennweite, ungefähr 18, wenn nicht sogar noch kleiner, um so viel wie möglich Bildinhalt auf ein Bild zu bekommen. Dann braucht ihr ein Stativ mit Wasserwaage, damit ihr das Ganze schön waage ausrichten könnt. Einen Fernauslöser mit Einrastfunktion. Dann braucht ihr Licht, falls jetzt irgendwas runterfallen sollte. Eine Stoppuhr und eine Teekanne sollte es richtig kalt werden. Auf was müsst ihr achten, wenn ihr diese Nachtaufnahme fotografiert? Punkt 1. Ich stelle das Stativ und die Kamera immer schön stabil und waagerecht auf. Erstens sorgt ihr für Stabilität und zweitens ist der Horizont schön gerade. Punkt 2. Verwendet stets einen 2-Sekundenauslöser, um Verwackelung beim Auslösen zu vermeiden. Punkt 3. Sorgt dafür, dass der Bildstabilisator in der Kamera ausgeschaltet ist. Denn die Gyrosensoren arbeiten nicht korrekt auf einem Stativ und sorgen dafür, dass das Bild verwackelt ist. Punkt 4. Schaltet den Autofokus ab und fokussiert manuell. Somit könnt ihr sicher gehen, dass der Fokus auch sitzt und die Kamera nicht falsch fokussiert. Punkt 5. Verwendet den Live-View-Modus, denn da habt ihr die Möglichkeit, das Bild nochmal 10-fach heranzuzoomen und könnt somit viel besser manuell scharf stellen. Außerdem könnt ihr euch in diesem Modus noch viele verschiedene Einstellungen anzeigen lassen und könnt somit das Bild viel besser beurteilen. Punkt 6. Um auch die kleinsten Verwackelungen in der Kamera zu vermeiden, könnt ihr bei einigen Kameras unter den Profi-Einstellungen die Spiegel-Vorauslösung oder die Spiegel-Vorregelung aktivieren. Beim Auslösen wird der Spiegel nicht mehr hochgeklappt, was ja zu Schwingungen in der Kamera führen kann oder zur Verwackelung auf dem Bild. Punkt 7. Und das ist auch der letzte Punkt. Ich habe es zwar schon mal erwähnt, aber nehmt euch unbedingt den Taschenabend mit, damit ihr alle Knöpfe an der Kamera findet oder den verlorengegangenen Objektivdeckel. David Cray. Ich sage Einstellungen hin. Bei diesem Bild habe ich die Blende 10 eingestellt, um die optimalste Schärfe aus meinem Objektiv herauszuholen und die Lichtempfindlichkeit bei ESO 100 um so wenig wie möglich rauschend zu haben. Um das Bild so scharf wie möglich zu bekommen, empfiehlt sich eine längere Belichtungszeit als 30 Sekunden. Somit könnt ihr eine höhere Blendenzahl verwenden, was sich dann in der Schärfe widerspiegelt. Außerdem könnt ihr bei der Lichtempfindlichkeit bei ESO 100 bleiben, was dann auch weniger Rauschen bedeutet. In meinem Bild verwende ich eine Belichtungszeit von 2 Minuten. Dazu musste ich einfach nur in den Balbmodus gehen und den Auslöser so lange gedrückt halten, wie ich halt belichten wollte. Wenn man aber einen Fernauslöser mit Einrastfunktion hat, dann muss man den Knopf nicht so lange betätigen. Deswegen ist auch die Stoppuhr wichtig, damit man genau abschätzen kann, wie lange das Bild jetzt gerade belichtet. Sollte eure Kamera den Balbmodus nicht haben, dann reichen auch 30 Sekunden aus. Ihr müsst lediglich die Blendenzahl etwas verringern oder die ISO-Zahl etwas erhöhen. Um die beste Schärfe aus meinen Bildern herauszuholen und später noch Möglichkeiten zu haben, das Bild weiter zu bearbeiten, verwende ich das Dateiformat RAW, denn selbst die GBEC-Bilder, wenn man alles richtig einschätzt, sind leicht verschwommen. Wenn ihr alle Regeln beachtet habt, solltet die Kamera ein knackscharfes Nachtfoto liefern. Aber das war noch nicht alles. Wir können aus diesem knackscharfen Bild ein richtig ultrascharfes Bild machen. Und dazu brauchen wir jetzt Photoshop oder Lightroom. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Sobald wir Photoshop geöffnet haben, gehen wir auf Datei, Öffnen und wählen unsere Datei aus. Sollte Photoshop die Datei nicht öffnen, müsste das Kamera RAW-Plug-in unbedingt updaten. Sobald sich das Bild geöffnet hat, können wir das Bild genauso wie in Lightroom bearbeiten. Hier haben wir alle Einstellungen auf einen Blick. Wir können ganz einfach die Grundeinstellungen anpassen, von der Belichtung bis zum Kontrast. Wir können die Farben separat anpassen, die Schärfe, die Objektivkorrektur. Wir haben alle Freiheiten und Möglichkeiten in diesem Kamera RAW-Dialog. Da ich euch auch mit diesen ganzen Einstellungen nicht langweilen möchte, werde ich nur bestimmte Dinge erklären und das Ganze etwas vorspulen. Am Anfang werde ich die Grundeinstellungen anpassen. Speziell bei der Farbtemperatur möchte ich das Grün im Bild vermeiden und ziehe den Farbregler mehr in das Lila an. Des Weiteren werde ich die Kontraste anpassen. Speziell die Lichter und die Tiefen werde ich in die entgegengesetzte Richtung ziehen, damit wir da nochmal alle Details herausholen. Damit die schwachen Farben mehr zur Geltung kommen, werde ich die Dynamik etwas nach oben ziehen. Im nächsten Arbeitsschritt werde ich die Farben alle einzeln anpassen. Gerade die wärmeren Farben werde ich mehr ins Rötliche ziehen und die Grüntöne mehr ins Gelbliche. Dann werde ich die Sättigung der Farben anpassen. Speziell die kühleren Töne möchte ich herausziehen, damit die Farben nicht zu stark wirken. Um dem Bild einen Charakter zu verleihen, werde ich die Teiltonung anpassen. Ich werde die Lichter in das Blaue ziehen und die Schatten eher in das Gelbliche. Dann werde ich den Horizont anpassen und bei der Gradationskoffe die hellen Mitteltöne etwas anziehen. In der Hauptdisziplin, die Schärfe, werde ich erstmal die Stärke anpassen. Dann werde ich den Radius etwas absenken, damit wir nicht so einen Leuchteffekt haben. Die Details werde ich ein bisschen anheben, damit die auch nochmal stärker zur Geltung kommen. Und wenn beim Schärfen komische Muster auftreten, können wir mit der Option Maskieren die Flächen etwas glätten. Unter der Option Effekte können wir dem ganzen Bild noch eine Vignette drumherum ziehen, um den Blick mehr in die Mitte zu führen. Und das war der letzte Arbeitsschritt. Wir können jetzt einfach auf OK bzw. auf Bild öffnen klicken. Sobald das Bild im Photoshop ganz normal geöffnet ist, können wir das Bild wie gewohnt weiter bearbeiten. Ich zeige euch jetzt nochmal ein Vergleichsbild von meiner Kamera, wo man wunderbar erkennen kann, was passiert, wenn man einige Regeln nicht beachtet. Obwohl ich auf ein Stativ fotografiert habe, ist das Bild dann noch unscharf. Und das liegt nicht unbedingt am Autofokus. Wir sind mittlerweile auf so einem hohen Standort, dass man schon sagen kann, dass die Kameras durch die Bank weg alle gute Bilder machen. In vielen Fällen liegt es dann einfach am Fotografen, der nicht die Grundregeln beachtet und sich dann über die Kamera beschwert. Das soll jetzt auch kein Vorwurf sein, denn jeder hat mal klein angefangen und vieles ist ja auch nicht ersichtlich. Gerade das mit dem Bildstabilisator, das habe ich auch nicht gewusst und habe mich dann immer gewundert, warum sind meine Bilder unscharf. Das war es dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn die Tipps für euch hilfreich waren, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare. Mögt ihr lieber Nachtaufnahmen oder eher Tagaufnahmen? Würde mich mal interessieren. Und zu meinen nächsten Videovorschlägen schaut euch mal das Panorama-Tutorial an. Da habe ich jene am Tag fotografiert. Und im zweiten Video geht es um ein Selbstmordselvie auf Instagram. Und weil ihr jetzt überhaupt noch kein Stativ habt, um solche Aufnahmen zu fotografieren, solltet bis nächste Woche warten, da teste ich für euch ein Stativ. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Mann ey, fuck. Wo ist denn nur dieser scheiß Objektivdeckel hin? Hä?